Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wenn du dazu neigst, Angst vor dem Alleinsein zu haben, stiehe, bedeutet das nicht unbedingt, dass du übermäßig abhängig von den Menschen bist, die dir nahestehen. Dein Verhalten kann manchmal widersprüchlich sein, da du den Wunsch hast, Menschen zusammenzubringen und gleichzeitig eine gewisse Distanz zu wahren. In Zukunft wäre es gut, wenn du daran arbeiten würdest, in deinen Beziehungen klarer zu sein und deine Bedürfnisse und Grenzen besser zu kommunizieren. Wenn du dich überfordert oder am Ende deiner Kräfte fühlst, neigst du dazu, dich von anderen zu lösen. Das verschafft dir zwar vorübergehend Erleichterung, kann aber subtile, aber erhebliche Auswirkungen auf deine Gesundheit haben. Wenn du dich von anderen trennst, trennst du dich auch von dir selbst, was sich auf deinen gesamten Körper auswirkt. Das kann deine Hungersignale stören, sodass du dich hungrig fühlst, auch wenn du es nicht bist, oder es kann dich dazu bringen, zu viel zu schlafen, anstatt aktiv zu bleiben. Es ist wichtig, auf diese Muster zu achten und ein Auge auf dein Wohlbefinden zu haben. Um heute erfolgreich zu sein, musst du selbstbewusster und proaktiver sein. Andere um dich herum sind durchsetzungsfähig, und wenn du dich nicht auch durchsetzt, könntest du ins Hintertreffen geraten. Sprich deine Gedanken und Meinungen selbstbewusst aus, um sicherzustellen, dass deine Stimme gehört wird. Wenn du Pläne für einen gesellschaftlichen Ausflug oder ein Date hattest, musst du vielleicht deine Erwartungen anpassen. Das aktuelle astrale Umfeld könnte dir einige Hindernisse in den Weg legen, die dich daran hindern, den großen Auftritt hinzulegen, den du dir vorgestellt hast. Es wäre besser, einen intimeren und ruhigeren Abend mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu verbringen, egal ob es sich dabei um deinen jetzigen Partner oder jemanden handelt, den du gerade erst kennenlernst. Bei einem gemütlichen Essen könnt ihr euch in einer weniger glamourösen Umgebung kennenlernen. Bereite dich darauf vor, völlig verblüfft zu sein, denn der Kosmos hat eine interessante Nachricht für dich. Die Sterne flüstern von einem bevorstehenden Ereignis, das so erstaunlich ist, dass es dir Schauer über den Rücken jagen und dich vom Hocker reißen wird. Sei offen für das Unerwartete und lass dich von den unerforschten Pfaden leiten, die sich vor dir auftun. In der mysteriösen Umarmung des Unbekannten liegt das Potenzial für tiefe persönliche Entwicklung und Offenbarung. Stehe dem Unbekannten mutig gegenüber und vertraue darauf, dass es dich auf deinen Weg zu Wachstum und Erkenntnis führt. Der Viertelmond im Widder verbindet sich mit Chiron und bildet ein Quadrat zur Sonne, was tiefe Gefühle hervorruft und die Wunden in unseren Herzen aufrührt. Anstatt zu schmollen oder das Drama zu verinnerlichen, solltest du diese Gefühle in kreativen Ausdruck umwandeln. Kunst kann ein starkes Ventil sein, um emotionale Verstimmungen loszulassen und die Heilung zu fördern. Denke daran, dass Heilung Zeit und Mühe braucht und ein Prozess ist, der nicht überstürzt werden darf. Erlaube dir den Raum, um zu verarbeiten und loszulassen, und vertraue darauf, dass sich die Wunden allmählich in Quellen der Stärke und Weisheit verwandeln werden. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die zwei Karten, die heute gezogen wurden, sind das Ast der Münzen und der Wagen. Das Ast der Münzen steht für Neuanfänge, materielle Möglichkeiten und Überfluss. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute einen Neuanfang im Bereich des materiellen Reichtums, der Ressourcen und der Stabilität vor dir hast. Sie steht für das Potenzial für finanzielles Wachstum, Erfolg und die Erfüllung deiner Wünsche. Diese Karte ermutigt dich, die Chancen zu ergreifen, die sich dir bieten, und praktische Schritte zu unternehmen, um eine solide Grundlage für deine Ziele zu schaffen. Das ist der Münzen erinnert dich daran, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben, Fülle zu schaffen und das Potenzial für Wohlstand in deinem Leben zu nutzen. Neben dem Ast der Münzen haben wir den Wagen. Diese Karte steht für Entschlossenheit, Willenskraft und eine Reise zum Sieg. Sie steht für das Bedürfnis nach Gleichgewicht und Kontrolle, wenn du durch die verschiedenen Aspekte deines Lebens navigierst. Der Wagen erinnert dich daran, deine innere Stärke und deinen Antrieb zu nutzen, um Hindernisse zu überwinden und zielstrebig voranzukommen. Diese Karte ermutigt dich, deine Energien zu bündeln und dich auf deine Ziele zu konzentrieren. Sie zeigt dir, wie wichtig es ist, eine klare Vision zu haben, Absichten zu fassen und entschlossen zu handeln. Der Wagen erinnert dich daran, dass du die Macht hast, dein Leben in die Richtung zu lenken, die du dir wünschst, und durch deine Entschlossenheit und Beharrlichkeit Erfolg zu haben. Zusammen bilden das Ast der Münzen und der Wagen eine dynamische Kombination für den Tag. Das Ast der Münzen hebt neue Anfänge und materielle Möglichkeiten hervor, während der Wagen die Notwendigkeit von Konzentration, Entschlossenheit und dem Willen, deine Ziele zu erreichen, unterstreicht. Nimm heute die Energie des Ast der Münzen an, indem du offen für neue Möglichkeiten bist und die Chancen ergreifst, die sich dir im Bereich des materiellen Wohlstands und der Stabilität bieten. Vertraue auf deine Fähigkeit, Reichtum zu manifestieren und unternimm praktische Schritte, um eine solide Grundlage für deine Ziele zu schaffen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Wagens, indem du dir deine Willenskraft und Entschlossenheit zunutze machst. Konzentriere dich auf dein gewünschtes Ergebnis und behalte eine ausgewogene Herangehensweise bei, während du alle Herausforderungen und Hindernisse meisterst, die sich dir in den Weg stellen. Nutze deine innere Stärke und deinen Antrieb, um alle Hürden zu überwinden, die sich dir in den Weg stellen. Diese Deutung steht für einen Tag des Aufbruchs, der Entschlossenheit und des Vorwärtsdrangs. Mach dir die Energie des Ast der Münzen zu eigen, indem du für die Chancen, die sich dir bieten, empfänglich bist. Bringe deine Energien und Absichten mit der kraftvollen Energie des Wagens in Einklang, damit du mit Zuversicht und Zielstrebigkeit vorwärts gehen kannst. Denke daran, dass du konzentriert, entschlossen und ausgeglichen deine Ziele verfolgst. Vertraue auf deine Fähigkeit, Reichtum zu manifestieren und alle Herausforderungen zu meistern, die sich dir stellen könnten. Indem du die Qualitäten des Ast der Münzen und des Wagens kombinierst, kannst du zielstrebig, widerstandsfähig und mit dem Potenzial für materiellen Erfolg durch den Tag gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Bis bald!